Einen wunderschönen guten hallo meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Cat-Making zusammen mit dem Ben-Dad, Jody, dem Drachy und dem Keffy. Hallo! Ich geb eh. Ah ah! Ah ah! Ah ah! Bitte! Du riechst ah! Ah ah! Jetzt hast du das nicht vor dem Match machen können. Ah! Lech! Ah! Ah fuck! Ah! Ah ah! Ah ah! Udo! Tetris! Tetris! Ich hab 3 HP! Palace! Ah! Ich hab nen Headshot gefressen! Bist du doch nicht auch mit 100 HP gespawnt? Ich hab 2 Headshots gefressen! Oh ne! Ich möcht hier nicht sterben! Einer für HP! Einer für HP! Einer für HP! Einer war grad noch Palace! Okay, einer! Einer Box! Ah! Einer für HP! Einer für HP! Einer für HP! Default 1! Und im Ninja! Im... Ja ok! Im Ninja's Tod! Trink mal Palace! Ah! CTR! 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 It's down! Okay! Defusing! Tor wird eng! Das... Das sind Smurfs! 100%! Kommen! Was schärzt du? Prost! Fili Sekunden! Ey, wie viel Leben hast du noch, Ben? 6! Ich hab 2! Reif bei dir! Kann mir jemand Fenster aufschießen? Ja, aber nur weil du's bist! Gepannet! Dank! ich war das nicht nicht dass hier irgendjemand das fenster falsch aufgeschossen hat und am ende hat er zurück das ist aber ausgeflasht kommen auf einmal das ist doch gar nicht fett oder ich hab gar nicht gestoppt aber ich dachte letzter herr ist immer noch 68 2 das läuft durch die wand durch die smoke ich dachte hier oben steht dass ich da in sie durchlaufen kann dann ist wir haben so aus der minimap sehe ich grüner punkt oben rum läuft deswegen dachte ich wenn du stehst da und auf einmal steht da direkt vor einer ohne scheiß wenn die auf einmal anfangen sich zu drehen dann sind es so counter hacker die einfach nur in jedem den hacker sehen wollen damit sie irgendwie selber eine rechtfertigung haben ihren hack anzumachen richtung b wieder siegel unterwegs mit hochkir richtung bilden alle anderen pass alle unter fenster noch eins einer unter fenster einer noch anders rein ja ich habe es diese runde wieder mit lauter assist da ist ein mage die ganz auch mann wenn hat einfach mal voll den swagshot gefällt obwohl er direkt auf dem teammate drauf war halt einfach mal mitos das herrscht jetzt hab ich den finger tapster auf der Brille das nervig Mitte step mit mitte und mit Nein, das war Action. Okay, das war Action. Palace Snap. Der Pelle ist im Auge. Okay, jetzt sind wir mit dem Flash. Ja, das war ich. Sorry. Bin zu fett. Action. Oh Gott, der leckt, ey. Ey, der Tobi leckt. Der leckt wie Hulle, ey. Eine noch, äh, get right. Sandwich. Bombedown. Bombedown A. Wah, wah, wah. Binge 1. Wahrscheinlich ist ja noch alles drin. Äh, einer mitte oben. Hat sich zumindest gerade so angehört. Geatze hat da geschossen. Also. Du sollst schon die Brille putzen. Geatze, Knife. In die Sonne. Ah. Ja, die sieht wieder was. Immer gucken. Okay. Ich hatte gerade einen ganz dicken Fingerabdruck quer über meine Augen. Also. Überhaupt nicht Copy and Paste. Ich hab das gebeindet. Wie gesagt, der Beind ist nice. Schick mir den gleich mal, der ist gut. Copy, paste. Was sehen dir das? Da muss ich erst raus holen, ich das aber ordentlich beinde. Wo beindet ihr das denn? Ja. FN2. Ja, FN2. Ja, FN2. Noch mindestens einer B. Nein, ich bist jetzt schon. Ja. Er ist voll geblindet. Von wem auch immer die Flash kam. Danke, das hat mir das Leben gerettet. Aber ich glaube, das kam von der Gegner. Also B, ja. B, B. Ja, einer noch was live. Einer Apartment, oder? Ach, einer am Truck. Oh, einer, äh, broken. Blenden. Ja, was geht denn? Was geht denn? Nein, das gibt's nicht. Ich hab den grade fünfmal getroffen, der ist nicht tot. Beinmal haut? Letzter Haus. Beinmal getroffen, der ist slow. Wir schossen noch. Seit Nacht, Affe. Ne, zwei, 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 zwei. Das ist okay. Danke. Einfach Reviewen, würde ich sagen. Sehr schön gemacht. Passt dran, Alter noch. Ich, ich krieg gerne, äh, von Globels, äh, sowas. Der ist kein Globel, der ist ein Käffi. Das ist nur noch eine Pallye. Ja, ich krieg gerne sowas. So, ja, okay. Report. Jetzt bin ich auch Cheater. Nur, dass du es weißt, du bist reported, du Drecksau. Das ist klar. Move it, move it. Das, das beste wäre, wenn du noch bindest, wie man diese Sache bindet. Ich hab ne Konfig, die ich schreibgeschützt, deswegen kann ich das nicht ändern. Auf A eine. Sehr schön. Auf A eine. Palace. Schmolli. Palace down. Das Problem ist, äh, dass das wieder fehlerhaft ist, zu dem, wie du es in der Konsole beenden musst. Da ist noch einer. Bitte oben nach oben. Da sind tolls. Bombe A down. Bombe A down. Einer nach Palace. Palace, Palace. Let's start Palace. Müsst du Arvid haben. Ja, David. Stand by. Wien. 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 No Scope, Katze. so wenn mir jetzt jemand sagt wie man das in der konsole so wie es geschrieben hat ich weiß nicht, eventuell muss ich die gänsefüße neu setzen auf doppelstrich hallo jordi hallo ich hab keine nails gekauft, ich bin doof ich dachte du bist drachi stell mir grad vor wie ein geistig behinderter drache gucken würde kein zweifel dass er knuffig gucken würde aber wie knuffig ist die frage action frei hallo ist frei habe mitte aufgelassen nauscaupen nauscaupen einer mitte guck mal was ich jetzt mach nein ich glaube ich nehme mein altes derzeit wieder her you have been voted off apartment steps, könnte möglicherweise underpass gehen hast du underpass im blick jordi? nee ich hab connector im blick ja connector ist einer ok instant kickel kickel wird A wir kommen zu B wir kommen zu B ah jungle schon ja lol wird A aber ist zu tief 3, 2, 1 nein ins Bein ah ah noch sterben müssen ben ben warum hast du mich jetzt eigentlich gerade eben mit dem Bind abgeschafft ja warum ich den Bind ausprobieren musste ob er funktioniert hat aber die kommen halt auch nie mitte ne ja wenn sie mitte kommen würden würden sie genauso flamen ist doch witzig palace step ich hab dreckliche smoke ja palace einer ich hab palace aber nicht mehr genügend im blick 2 palace was ich bin ja palace ich hab 17 ich mach das so gut zu sehen ach nacken aus action 76 in 3 ich geh von hinten ich geh von hinten eine action rein ich lass mal B uncovert ah hat mich gehört weg nach hinten jetzt ab auf dem a-sport sind schon leute oder was ja Weiß halt nicht um wie weit die schon sind. Einer noch Pallas? Nicht nur Pallas, da ist auch noch einer Tetris. Dass sie sich genau in dem Moment umdreht. Der Tetris ist auch noch da. Pallas hat jetzt 19. Action ist einer. LOL! Jo. Der hatte 19. Okay. Rapid Bloom. Alleine weil der cool war und du das irgendwann in einem Overwatch noch mal zeigen sollst wie das geht. Bitteschön. Hast du ein Report? Das ist reine Liebe. Nicht mal das du hackst, sondern einfach nur damit das noch mal gesehen wird. Weil das war ein super Schuss. Dankeschön übrigens. Ben ist doof. Ich musste mein armes Messer benutzen. Ja, smoke, smoke. Und Molly. Oh, Pallas pusht. Ich dachte du guckst Pallas. Ai, ai, ai. Ich. Ja. Ich bin down. Action. Action zwei. Einer noch. Bei Pallas zwei Action. Ich hab keine Ahnung wie der zweite gestorben ist. Bombe ist down. Irgendwo ein A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K-A-K. Vorsicht. Ach. Ich weiß nicht, da liegt ne A-K-A-K-A-K-A-K-A-K. Bin zu blöd, im Baik zu machen. Hä? 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 habe ich denn gerade eben die aber aufgehoben nein ich habe die aufgehoben und wieder fallen gelassen im gleichen moment aber ich habe er genommen nein ich habe mit ihm gemacht nein realisiert realisiert und nichts versehen helle step action step bitte immer noch nichts wir haben die willst du krieg jody krieg möchte ist nicht nett sowas zu fragen da steht einer oben habe ich nicht mehr angeguckt das interessiert jetzt ehrlich mal was ist es ist ein troll eigentlich der hier allen jeden zweiten als hacker beschimpft weiß ich habe ihn mutet bombe wacht vb wir alle über kurz interessant ich könnte k stehen ein k frei kürcher drin muss kürcher sein einfach durchjusen kürcher kürcher Nein, das ist Market. Ich hab das als Küche gelernt. Das ist Market, Küche ist oben in B-Apps. Oder siehst du hier im Market irgendeine Küchenzeile? Aber du hast mir damals Kitchen eingeprügelt. Ist mir egal. Aber du es jetzt auch besser gelernt hast, heißt es nicht, dass ich das jetzt so schnell lerne. Ja, aber allgemein sagt man immer Küche. Ganz kurz, aber gay sein ist jetzt eine schlechte Sache, oder was? Okay. Für zwei welches? Da war keiner, ich hab's nur geschossen. Okay. Vorsicht, ich geh an hier vorbei. Nicht schießen. Ja, mit AP 90, Alter. 3-2, Katze 0. Und einer Mitte oben noch gefacet worden. Mitte oben? Ja, da war jetzt auf einmal ein großer Punkt auf dem Radar. Die kann ich nicht sehen. Der ist salty. Sind die alle. Nice, we are. B-Apps. Oder auch nicht. Okay, einer down. Letzter weiß ich nicht. Underground. Oder weiter bei uns hier vorne. 10. Underground. Underground. Oh, ich krieg'n Flick. 27 in 1. Und was hat er jetzt geschrieben? Keine Ahnung. Irgendwas. Oh mein Gott. B-B-Ack. Heißt wie ja, OMG Report, B-B-Ack. Das ist so geil. Ohne Scheiß, Leute, ey. Der Typ ist krass. Kannst ja nicht hochladen, das Match. Okay. Wieso kann ich das nicht hochladen? Gegen drei, ey. Das ist so scheißegal. Alleine, weil der Typ so derbe Toxic ist. Ohne Witz. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass dieser Typ der Grund ist, warum die Leute gegangen sind. Die anderen. Lol. Insta-Headshot. Ein auf A. Weil in einem Spiel auf die Schnauze kriegen ist eine Sache. A sind drauf. Der war zwar alleine, aber er hat zwei Headshots gedrückt. In dem Spiel auf die Schnauze kriegen ist ganz easy. Und das kann mal passieren. Aber dabei noch so ein Toxic-Team-Mate ist richtig schlimm. Der ist nicht nur Toxic, der ist auch Shady. Der ist Fifty Shade of Kramer. Wo war der? Der war einfach in CT. Und der hat gerade rausgepiekt nach rechts. Okay. Komisch, dass der nur noch Hörer ist. Headshot Ace. Ja. Ja, ist ja kein Ace, ich hab mir voll gefüllt. Ja, trotzdem. Ja. Ja, weil er Brot war. Ich brauch einen Trott. Äh, ne, aber gut. Danke. Oder nimm, naja, Ben, nimm du die. Oh, ja, 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 ja. Okay, dann nehm ich schon. Ja, aber der hat mich doch gar nicht, doch, der hat mich umgebracht, oder? Doch, der hat alle mit dem One-Krick getkilled. Ja. Gut, der hat ja aber eine Arbe. Nein. Nein, der hat irgendwie... Ah, ich bin blind in der Mitte. Wunderkrieg. Oh, fuck. Ah, ja. Hedge-up. Ja, genau. Hier oben war noch eins. Ja, das war B. Ja, das war B. Ja, das war B. Ja, das war B. Ja, ich schieb über T. Wird abgeben. Äh... Underpass ist das? Wow. Einer mitte oben. Eine Underpass. Bleib da drin. Das war nicht der, den ich wollte. Einer nach mitte oben ist der andere. Mit einer. Nein, mitte oben bin ich. Er ist Jungle gewesen. Ja. Bomb ist bei mir. bei dir heißt wo steps der ist oben ja wahrscheinlich das ist jetzt nicht dein eigentlich wüsste man es trotzdem dieses don't care hat er auch definitiv jetzt habe ich verrafft ich hab den schon er hat halt echt er hat halt wirklich den array check angemacht ist das geil ist das geil er hätte nur noch gefehlt davor dann wäre es ein richtiges jody gewesen er ist auch noch schneller als wir da hat er auch noch ein boot angemacht das ist so geil also ohne witz leute 321 ich kriege ein klick bekommen halt leider alle von derselben einer im truck einer kurz na kurz cheater ich habe keinen job gekriegt wow kann ich mich jetzt wollen oh ne 89 in 4 der macht mal eben 24 kills in einer halbzeit ja klar können wir das auch gewinnen 24 kills in einer hälfte wie willst du das erzählen der rest drauf nix nein die wissen es genau dass er hackt er wird es dem wahrscheinlich auch gesagt haben das problem ist wenn er 24 stunden nicht spielt dann meine sehr verehrten damen und herren dieses video wird ja hochgeladen ich werde euch das profil von dem hansi da mal auf jeden fall mit steam id und so weiter in die beschreibung packen dann werde ich euch über den jeweiligen kleinen pfeilbutton den man oben haben könnte man den jetzt auch noch zusätzlich reporten über steam damit er mal überwacht wird einer mit dem fenster doch vielleicht könnt ihr helfen csgo ein bisschen hack freier zu machen weil der typ ist wirklich also ohne dass der hacker dauer bild 13 ja dimitri und wir mitte oben einer kämpft oder auch nicht ergibt mir ein instant headshot vokale bitte ja aber anders was soll ich gerade sagen dann müsste er hüpfen um mich zu sehen ja also er hat er ist wir hüpfen hatten wir während dem hüpfen das erste mal schon ja da wusste er schon wo du stehst von daher ja stimmt mit dem aim toggelt das war der hacker ich dachte das wäre der andere gewesen ja ja das war der hacker das war der hacker läuft bei dem da rückwärts ja molly perfekt halbchen deswegen kann man getimed werfen hm interessant naja hacker down hacker down wo ist die bombe hat aber noch ein bot oder oben einer ist oben leg offen ist das dein fucking ernst in den kitchen ist einer ich hab leider nur ne die habs glaube ich oder hat noch ein head lol hacker down down kai äh letzter jungle mit m4 hat hilft hat 30 april nach rechts ja nein das hat man gehört dazu hoch gesprungen ist ja leider ich habe das nicht mehr ich habe da jetzt nicht drauf geachtet ob ich es gespielt habe aber naja egal runde gewollt ist runde gewollt he jetzt wird nur noch das profil gespammt ich habe kurz gesmoped ich meine das ist obvious natürlich nicht sein main dann ja irgendein kleiner gehackter account oder sowas aber wenn der so leicht zu triggern ist in non prime dann ist der account ihm nicht viel wert das ist ne ohne scheiß dann hat er das auch nicht zum ersten mal gemacht hotdown jetzt muss nur noch der ich glaube der ist auf b hat gerade ein paar jetzt passiert einer ist auf dem mitte fenster ich glaube rechts drin oh zwei sind connector rechts brennt ja 15 hp im market drin yo er steht dran ok ja keiner von uns guckt fenster ist doch scheiße das ist meine guck mal auf die kids das beschwert es nicht gleich dass du wieder ein hack angemacht hast ja 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 ich bin ich bin ehrlich gesagt fassungslos weil entweder ist es ein troll und okay von mir aus ist ein troll hacker okay gleich ja 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 dann gar ja ja ich kann ja es ist nicht nur wenn man ja so ich bin ich besser das ist nicht nur er hat sogar ein spin-board an also im ernst leute also noch offensichtlicher geht es nicht auch schon vorher schon offensichtlich genug nein nein das hätte alles noch lag sein ist dann müssen wir den einfach ausspielen aber wobei ausspielen kann man den eigentlich nicht der kommt und dann toll wir haben auch 9 1 und jetzt schickert halt rein komisch das ist mir fällt jetzt gerade mal auf das sind wieder vier waren sie aber schon eine zeit lang wieder ja mir fällt aber jetzt wieder wieder wie die tippen einfach wirklich so getriggert haben dass sie sich am ende verraten haben allesamt zusammen also leute ohne scheiß ich kopiere gleich mal alle links von hier über steam könnt ihr die leute reporten und wenn das genug leute machen da wirklich ein report ein hauen habt ihr keine chance mehr die irgendwann im matchmaking zu treffen es hilft wirklich weiter weil wir haben jetzt oft ob wir spin bot hacker ich meine noch machen und so weiter ja das ist connect connect also wir haben spin bot gegner nicht schafft nicht mal gegen die normalen noch einer ich finde sowas arm also wie gesagt profile sind alle unten verlinkt da könnt ihr euch mit den leuten auseinandersetzen damit wir die von steam runter kriegen das ist nicht weil die hier irgendwie in einer variante besser spielen als wir sondern das ist wirklich bin botten was sie gerade machen bedeutet red check hoch 10 ansatzweise deswegen habt einen schönen tag schaut euch das video schön an und freut euch am ende des tages dass red checker so freundlich sind um sowas mit der vergangen zu kaufen wie schlimm sie verloren er hat sich nicht mehr bewegt ich wollte zu erwähnen haben also das kann nicht sein einfach nur jetzt verboten ja 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 das ist natürlich auch mit der glock kurz schaut jetzt kommt da richtig ja jetzt haben sie halt die bombe spielten burst jetzt schon wow du bist tot in drei von underground easy eh verloren sagst du ja das ist gegen zwei spin bot da brauchen wir es ehrlich gesagt nicht langfristig versuchen also die zeit finde ich gut verwendet hier desto mehr sie haben desto öfter werden sie reportet desto besser werden sie reportet auf a sind auch noch zwei plantet ich habe die bombe noch komme ich komme auch nicht dieser tipp alter da bringt es nichts aufzuregen jetzt sollte das easy aus alter mann ich krieg das mit dem bein nicht hin wann du musst du musst diese mikro nicht diese mikro dann seht ihr die anführung ist da musst du ersetzen ersetzen durch durch die normalen also die doppelten durch gänseflüchte durchsreibung zwei habe ich gemacht hat nicht funktioniert alle sind ja nur zwei wir sind vier wir sind hier um die tastatur rum also um um kaste rum ja und um das was du sagst rum ah das don't care und so ja darum müssen auch nochmal ich habe vergessen dass das ding dass der rolle kann durch die band durch schießen kann der ist es gerade mitte gewesen kann der partner so schaut und ich weiß auch der steht der steht gleich hier so geil wenn schon dann richtig also leute können da ja mal geben von euch mit 10er wetter ein dass du nicht gewandt wird ja das ist ich gehe ich mit drauf f2 vor 26 minuten in dem match hat der auch schon angemacht wie vor 26 minuten in dem match in einem anderen match also beziehungsweise vor ja wir müssen einfach drauf reporten ohne scheiß das problem ist halt wir können kann sich ja und gucken weil er da schon report gekriegt hat unterm profil ja dann könnte der band kriegen ja wenn er dann nämlich schon reportet wurde und hier auch nein eben nicht so das will ich auch gerade nicht was mache ich denn flächen bringt nichts du kommst gegen den hacker nicht an das ist das problem da sind wir wirklich die leute die versuchen zu heiden und ab und zu noch sterben also zu blöd sind so richtig offensichtliche szenen wenn du sowas rausforderst weißt du eigentlich müssen wir uns die ganze zeit machen weil wir sagen die waffe hat durchgeguckt durch das holz oder so was ja aber er ich meine ich meine ganz ehrlich er spinnt er spinnt die gesamte zeit über er strückt nur noch headshot er ist ob wir es am hecken sein kollege war gerade auch ob wir es um hecken und die tatsache was hier halt in dem video stattfindet also leute ohne scheiß auch wenn es euch nix angeht wenn jetzt die markt habt hat er bitte kurz mal den report raus können doch gerne das video im report verlinken das ist scheißegal aufsache dass er reportet wurde meine waffe weil er 82 in zwei stars da freut man sich im ersten moment dann merkt man so ja gut man hat halt jetzt einfach nur gewonnen nicht weil man gut ist sondern weil der typ in entweder zu blöd war gerade zu drücken oder weil er einfach gerade eben bock drauf hatte einen gewinnen zu lassen noch mal eine runde er hat sich vor mich gestellt und hat sich abknallen lassen hallo er will er machten 16 14 ja er tauntet noch mal kurz zum ende hin das ist gut typisches herst du mehr desto mehr runden desto besser ist es also auch noch den lecker tod video der hat den bot schon hat es immer lange getticket ticke was ist jetzt gar nichts das bringt nichts ich wollte gerade abdrücken dann hätte ich ihn auch getroffen ja getroffen aber vermutlich nicht im kopf nein ihr doch war genau auf köpfe die kreis anbitte 53 54 zu 15 also wenn er reinkommt muss zeigt mir mal ein pro gamer der das macht alle in dem bereich hier aber nicht so mehr die pro es gibt halt wirklich profis so zum beispiel pascha bieter so sollte ich sind ja mit dem ja aber das ist ja das ist ein leben da halt auch nichts drauf sollte man auch nicht deswegen also ja halt immer zu denken scheint dass wir auch schieten nein er will einfach nur eine excuse haben zum schieten das ist alles der hat doch in 100 jahren hat er doch nicht das glaubt er nicht kann dass er cheatet wer weiß es doch besser ja er gibt mir auch durch die wand läuft bei ihm war auf dem komischen hals denkst du im jungle also den spin gerade wieder aus weil er es auch so schafft haben wir auch die bombe hauptsache punktchen gibt es wende wo man nicht durchschießen kann ja zwischen wenn kann man da nicht durchschießen noch mal ein bisschen taunt in den hacker auch zehn hattest du ja ja ich war es Achtung Sprech kurz Nice Oh, der ist Markel, also Jungle drin Jungle On Spot B Einer Ja, Cheetah Shit Connector Ist angefrackt Ich planche für Banger Was natürlich gegen den Wallbangenden Headshot verteilenden Spin-Botter immer gut ist Ja, weil er in Kitchen drin steht Hinter der Wand kann er mehr Er steht nämlich in Kitchen Nein, da hat er wieder angemacht Also durch die Wand geht es anscheinend auch Ja Das war nicht so alles lernt, wenn man Hackern gegnernt Aber auch in 1, ne? 141 Ding Also meine sehr verehrten Damen und Herren Level 31 Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, Dankeschön, wer ihr so lange dran geblieben seid Ähm Ich werde die ganzen Profil-Links von den Leuten, die ihn da unterstützt haben Und inklusive seinen Profil-Link einfach mal verlinken unten Einfach, damit ihr seht Was ihr damit tun könnt Das ist ja, ist euch überlassen Ihr könnt ihn reporten Ich werde ihn auf jeden Fall auch noch über das Steam-Profil reporten Einfach wegen dem, was er gerade getan hat Ich werde auch das Video anhängen Ein kurzes Video anhängen Ähm, wo das gezeigt wird Ich wünsche euch auf jeden Fall was Und sage tschüss und bis zum nächsten Mal Schaut auf jeden Fall bei den anderen Leuten, die jetzt gerade zerheckt wurden Unten in der Beschreibung vorbei Die sind verlinkt Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal Macht's gut Ciao, ciao 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 Toady Tschüss Prurra- vai Prurra- va Roaf Suas Tan Kontra 氣 Tid Tid ilyn states